Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Letzte Woche habe ich euch ja berichtet von einem besonderen Ruhestein für das Mondfest. Seit heute, beziehungsweise an dem Tag wo ich das Video erstellt habe, 8.2. ist das Fest Liebe liegt in der Luft, also quasi das Valentinstagsevent von Blizzard am Start und auch da könnt ihr euch wieder einen coolen Ruhestein holen. Wie ihr ihn bekommt, wie der aussieht und so weiter und so fort zeige ich euch im Video. Wenn euch das ganze gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr sehr freuen und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir rein ins Video. Genau. So, wir haben unter dem Reiter Sammlungen Spielzeugkiste den Cupidos Herziger Ruhestein. Wichtig, das Ganze ist ein Spielzeug und es ersetzt nicht euren normalen Ruhestein. Es teilt sich die Abklingzeit damit, aber es verändert die Art und Weise, beziehungsweise die Cast-Animation, mit der der Ruhestein gecastet wird und wie gesagt, ich sammle die Dinger, finde ich ziemlich nett, sieht ganz nett aus und unterscheidet sich dann doch etwas von den übrigen. Gucken wir uns das ganze mal an, wie das gute Stück aussieht. Und zwar spannt euer Char dann so einen kleinen Bogen und es fliegen ein paar Herzchen in die Luft und wenn ihr die Animation zu Ende bringt, zack, fliegen dann noch so ein paar Herzen in die Luft. Es sieht, wie ich finde, sehr, sehr cool aus und ist einer der in meinen Augen schönsten Ruhesteine im Spiel, beziehungsweise mit den schönsten Effekten. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Wie bekommt ihr den jetzt? Und zwar bei dem Event Liebe liegt in der Luft bekommt ihr beispielsweise für das Bezwingen der Chemiemanufaktur Krone. Abzeichen, Zeichen der Liebe heißen die. Davon braucht ihr 150 Stück, um euch den Ruhestein zu kaufen. Es gibt in den Hauptstädten auch immer Quests, wo ihr Sachen erledigen könnt und dafür diese Zeichen bekommt. Und ihr könnt euch einen Gegenstand besorgen, wo ihr, wenn ihr dann Mobs tötet mit etwas Glück, so einen, ich glaube, Glücksbringer armreif heißt, der herstellen könnt. Und die Dinger könnt ihr auch gegen Zeichen der Liebe eintauschen. Das heißt, wenn ihr theoretisch wollt, könnt ihr ganz viele Mobs umpölen und euch die Sachen an einem Tag zusammenfarmen. Wer es mag. Ansonsten habt ihr aber zwei Wochen Zeit. Das Event geht bis zum 22.02. um 10 Uhr und so lange habt ihr, um euch den Ruhestein zu holen. Schauen wir uns den nochmal an in der Animation. Also ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Theoretisch reicht es, wenn ihr beispielsweise jeden Tag die Chemiemanufaktur Krone besiegt und nochmal, weiß ich nicht, ab und zu mal ein, zwei der Quests dazwischen schiebt. Dann habt ihr in den zwei Wochen genug Abzeichen gesammelt, um euch den zu kaufen und ihr müsst nicht aufwendig farmen. Ansonsten gibt es bei dem Event natürlich wieder jede Menge Erfolge zu holen. Ganze findet ihr nur Weltereignisse. Liebe liegt in der Luft. Es geht darum, hier diese Glücksbringerarmreife herzustellen, euch Sachen zu kaufen, Orte mit einem Liebesschwindler zu besuchen. Dafür müsst ihr auch in Schlachtfelder und in Dungeons und Raids. Das dauert ein bisschen. Süßigkeiten probieren, Leute mit Pfeilen abschießen, Raketen abschießen. Das sind alles Sachen, die bekommt ihr eben auch für diese Zeichen der Liebe. Also wenn ihr alle Erfolge machen wollt für den Meta-Erfolg, dann braucht ihr etwas mehr dieser Zeichen der Liebe. Ansonsten, wenn ihr alles schon erledigt habt, sammelt einfach die Abzeichen und holt euch den Ruhestein dafür. Ihr habt nämlich nur einmal im Jahr die Möglichkeit, euch diesen zu kaufen. Wenn ihr es jetzt nicht macht, müsst ihr dann warten, bis nächstes Jahr im Februar das Event wieder losgeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß mit dem Ruhestein. Ich wiederhole mich, aber er sieht echt cool aus. Also den haben auch nicht allzu viele, was ich zumindest mal so festgestellt habe. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen! Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. 危ăn